Tja, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau nochmal. Ich muss mich da immer mal erneut wiederholen dürfen. Ich muss mich da für ein Bildchen entscheiden. Ich habe jetzt das hier gewählt. In diesem Bild gibt es auch ein, zwei, denke ich mal, gar nicht so negative Sachen. Der Rest bleibt natürlich, oder was heißt natürlich, müsste ja auch nicht sein, aber ist ja so gewollt, bleibt natürlich in der Negativschwingung leider mit drin. Denn auch gerade, was jetzt hier dann unsere Klimahysteriker dann auch jetzt schon wieder in England oder Wales angestellt haben. Nee, England war es. Ich glaube, es war England. Ja, genau. Über die letzten Endes idiotischen Corona-Tests, dann noch etwas über die Evaluation, habe ich jetzt gerade auch was gesehen beim einsamen Wanderer. Also Sachen wiederholen sich dann natürlich bei den Kollegen, aber er hat ein anderes Besucherpotenzial jetzt als ich und dann macht es ja auch nichts. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Bitschut, Odyssee und Rumble. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss. Kommt ein Quarge aus 해도 projector. Ruhigerulan jetzt wird das Café heute über dieser Beазывse fizere Schenken ist. Untertitelung des ZDF, 2020